Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Auch beim löslichen Kaffee ist das Mischen und Rösten der Kaffeebohnen für die Qualität sehr massgebend. Für den Mocha Gold zum Beispiel werden nur sorgfältig ausgesucht und ausgewogen gemischte Kaffeesorten verwendet. Der Mocha Gold und der Mocha Fee sind gefrüertrocknet oder lyophilisiert, wie auch die Fachleute sagen. Aus den frisch gerösteten und gemahlenen Kaffeebohnen wird zuerst Kaffee gemacht, im Prinzip so wie zu Hause. Anschliessend wird der Kaffeeextrakt auf minus 40 Grad gefroren und das Wasser im Vakuum entzogen. Zurück bleiben dann die typischen Kaffeekörner, die so luftdicht verpackt ihre Frische und ihr Aroma behalten, bis man sie braucht. Coop bietet Ihnen den Mocha Gold und den Mocha Fee übrigens auch in diesen praktischen Nachfüllbeuteln an. Sie sind leicht zum Tragen, brauchen wenig Platz und kosten erst noch weniger. Zurzeit finden Sie bei Coop die löslichen Kaffeesorten zum Aktionspreis. Seit einiger Zeit haben wir wieder Gelegenheit, die herrlichen Spargel zu geniessen. Wie wäre es zur Abwechslung mit einem Spargelkuchen? Die gut geschälten Spargel im Salzwasser 15 Minuten kochen lassen. Dann in einem Kuchentierkuchen abtrocknen lassen und in Stück schneiden. Ich habe hier einen Kuchenteig ausgeweilt, auf einen Weihenbeläch gelegt und mit einer Gabel gut eingestochen. Jetzt kommen die Spargelstücke drauf. Und dann ein Guss aus Eier, Maizena, Milch, Rahm, geriebenem Käse und Gewürz. Nach 25 bis 30 Minuten im vorgeheizten Ofen kann man den Spargelkuchen noch heiss servieren. Also diese Abwechslung lohnt sich doch. Unser Rezeptstudio in der Coop-Zeitung ist ein gutes. Soviel für heute im Coop-Mittwochstudio. Anschliessend kommen noch die Aktionen. Vielen Dank fürs Zuschauen und noch einen schönen Abend. Zum Anfangen die aktuellen Preisschlager. Bei Coop gibt es jetzt einen Bund an 20 Stück Mosrösli für nur 5,90 Euro. Hösliwindle Avela Baby Elast, Maxi Plus 10 Kilo, 40 Stück nur 11,90 Euro. Und Maxi Plus 12 bis 25 Kilo, 40 Stück nur 14,90 Euro. Bis zum nächsten Dienstag gibt es bei Coop Midi-Konfitüre Erdbeere statt 2,20 Euro nur 1,70 Euro. Himbeere statt 2,10 Euro nur 1,60 Euro. Und schwarze Riese statt 2,50 Euro nur 2 Franken. Alle Coop-Sirup in der 1-Liter-Flasche sind jetzt 50 Graben günstiger. Greyerzer Käse per 100 Gramm nur 1,35 Euro. Coop-Fleisch-Bastete, Delikatesse, Kalbfleisch und Schinken, eine Dose nach Wahl statt 1,35 Euro nur 1 Franken. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag 1 Liter Coop-Mineralwasser statt 50 Graben jetzt nur 40 Graben. Ausländische Erdbeere, 220 Gramm nur 1,25 Euro. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Untertitelung des ZDF für funk, 2017